... ... ... ... ... ... ... Der Hauptbahnverkehr auf der Linie 5 und 9 fährt weiter in den Ausflug des Umwetters. Von gestern Abend, bis es dauert, ist schon eine bis heute Morgen. Wir kommen jetzt umwärts ab. In Nordrhein-Westfalen, auf der Hauptstraße in Weibach, in München, in Kassel, auf der Driesener Straße, der Bremse, in Höhe, der Ushalbeschwelle, ausgerüstet. Und vor allem hat mich die großen Aufwärtsstelle, die wir in den Tag schon durchatmen, macht die Wetter gut. Dana! Raya! 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 Raya!